Musik Kennen Sie eigentlich schon Tante Hedwig? Sie ist eine ziemlich bejahte Dame und sie legt Karten, sie lebt davon. Und sie legt Karten, so großes Glück über einen kleinen Weg, etc., etc. Und wenn du denkst, es geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht zur Tante Hedwig, Hedwig, Hedwig. Sie schaut in die Karten, Karten, Karten und sagt ihr ganz klipp und klar, was noch kommt und was schon war. Hedwig sieht mit scharfem Blick, Herzdame ist ein ganzes Glück. Nur ein Bube, so ein Hecht, der stört und das ist schlecht. Und bist du mal liebeskrank, so braut sie dir nen Liebesdrang. Diesem Zauber, du wirst sehen, kann niemand widerstehen. Wenn du denkst, es geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht zur Tante Hedwig, Hedwig, Hedwig. Sie schaut in die Karten, Karten, Karten und sagt ihr ganz klipp und klar, was noch kommt und was schon war. Musik 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 Fehlt dem Tod und ihren Gewinn, geh nur zu Tante Hedwig hin. Sie sagt dir ganz sicher, wann man damit rechnen kann. Liegt Pik 8 neben der 10, dann kann dir nichts daneben gehen. Dann geht alles gut so weit. So, nun weißt du Bescheid. Musik Wenn du denkst, es geht nicht, geht nicht, geht nicht. Na, da geht's zur Tante Hedwig, Hedwig, Hedwig. Sie schaut in die Karten, Karten, Karten. Ja, und gib dir ganz klar und klipp, sicherlich den richtigen Tipp. Also geh, also geh zur, also geh zur Tante, also geh zur Tante Hedwig.